Hallo liebe Freunde von All4Shooters. Ich bin hier am Stand von Anschütz, neben mir ist der Julian Top-Schütze und Olympiateilnehmer. Und die Firma Anschütz hat ein neues Produkt des A22 Max und die Besonderheiten darüber erzählt uns Julian jetzt. Servus. Servus, hallo. Ja, das ist unser neues Kleinkaliber, speziell zugeschnitten auf die Olympischen Sportschützen. Ist ein Einzelladergewehr, ein Blockverschlusssystem, das über Krallen verriegelt. Funktioniert nach dieser Art und Weise. Höchste Materialien sind dort verwendet worden, höchste Präzision wird damit erreicht. Es ist quasi eine Designstudie, es kann sich noch einige Sachen daran ändern, deswegen können wir auch zu Lieferzeiten nichts sagen. Grundsolide Technik im Endeffekt, unsere Läufe verbaut, unsere Abzüge verbaut, alles auf High-End-Niveau. Genau. Sagen wir mal was kurz zur Zielgruppe von den Gewehren? Ja, Zielgruppe sind im Endeffekt die Leute, die bei Olympia teilnehmen und die gerne teilnehmen würden. Okay, dann sage ich schon mal vielen Dank. Das ist ein Einzelmodell, es gibt keine verschiedenen Modellvarianten bis jetzt geplant wahrscheinlich? Ja genau, also so wie es jetzt hier steht, ist es bis jetzt geplant und entwickelt. Daraus ableitend kann man natürlich noch verschiedene Varianten für das Auflageschießen, für Benchrestschießen, aber aktuell sind wir quasi fokussiert auf den Olympischen Bereich. Okay, vielen Dank für die Vorstellung. Gerne. Ich bin hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.